Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Episode des Football Meadjust 2019. Nachdem jetzt zwei, drei Tage keine Folge mehr kam, gibt es heute wieder eine brandneue. Ich bin mitten im Heimspiel gegen Darmstadt 98 und ja, die letzte Partie haben wir leider verloren gegen Wolfsburg. War keine allzu gute Partie, wir haben 1-0 geführt und dann, wie man sieht, sehr stark nachgelassen am Ende. Und wirklich innerhalb von 10 Minuten das Spiel komplett aus der Hand gegeben, zudem auch nur so spät, was besonders weh tut. Zu viel gelbe Karten kassiert, also sehr viel gefoult, wenig Ballbesitz, einiges an Verbesserungspotenzial war vorhanden. Kai Havertz, unser schlechtester Spieler, ja, hat es noch nicht so ganz, ja, hat noch nicht so ganz sein Niveau bekommen. Hat noch nicht so ganz sein Niveau, aber das wird sich schon noch ändern, er ist ein Riesentalent und ja, da muss man nichts einspielen. Nun heißt es jetzt natürlich gegen Darmstadt, wir müssen gewinnen, was anderes, hm, das ist nicht mehr akzeptabel. Gut. So. Marco Reuch fällt natürlich leider weiterhin aus, 9 Tage bis 4 Wochen. Schmerzhaft, schmerzhafte Auswahl. Wie man merken kann. Und Leinhard Passlack ein Tor geschossen, ne. Ich glaube, beim 1 zu 0 hat er uns ein Tor mehr oder weniger geschenkt. Und jetzt, danach hat er direkt ein Tor geschossen. Kurze Zeit später. Und nach Darmstadt kommt auch nur Leipzig aus für uns. Da müssen wir besonders konzentriert sein, nicht so wie gegen Wolfsburg, sonst könnte es noch schlimmer werden als so eine knappe 2-1-Niederlage. Hoffenheim gegen die Hertha. Schafft die Hertha den nächsten Sieg, den vierten Sieg, im vierten Spiel? Ja, das schaffen sie. Schön. Gute Saison bislang für die. Mal 2 Punkte, das ist ne Hausnummer, ne Bank. Auch die man aufbauen kann. Nein, jetzt auch nur Gomez verletzt. Ich sag kurz über die Gomez einzusetzen, weil er besser spielt zur Zeit. Aber das darf jetzt nicht wahr sein. Zwei Monate, der nächste schwerwiegende Auswahl. Okay, wir haben jetzt drei Langzeitverletzte Spieler. Okay, Ferrer, ja. Zwei Wochen hat man trotzdem das. Die Saison beginnt nicht allzu gut zur Zeit. Englische Woche in der Bundesliga. Augsburg gewinnt gegen Leipzig, die nur 15er sind. Vier Punkte nach fünf Spielen. Marius Wolff auf die Bank und ein bisschen rotieren natürlich. Zagadou für Akanji. Guerrero für Hakimi. Pichstruck darf beginnen. Delaney für Weigl. Marius Wolff für Christian. Genau. Fitts nicht. Fiete ab und Isaac erstmal auch nicht. Wobei, ich vertraue Alexander. Der darf heute für Paco beginnen. Ja. Und Havertz kriegt auch noch eine Chance. Ich lasse jetzt Spieler nicht fallen, nur weil die jetzt erstmal vor allem zu Beginn der Saison die Leistung abrufen. Vor allem nicht in dem Alter. Wenn man so viel Geld bezahlt hat. Aber eins ist klar, heute zählt nur ein Sieg und wirklich nur. Direkt aggressiv pressen. Und ein hohes Tempo haben wir schon gut. Und vielleicht versuchen wir heute mal bei Kai Havertz eine andere Spielerrolle ihm zu geben. Wobei er als Schattenstürmer könnte, doch, das hat auch gute Fähigkeiten als Schattenstürmer. Ich versuch's mal so. Delaney ist aber der Balleroberer Spieler, wie immer. Schöne Balleroberung. Konter. Isaac wird gestickt, verliert aber das Kopfball wieder gegen Franke. Vorstoß der Darmstädter. Marvin Mehlen. Mehlen. Aber kein Problem. Für Donnarumma. Oh, wie fällige Situation. Really? Wirklich? Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Wie schnell? Schnelligkeit 18, auch nicht schlecht. Okay, 13 Minuten gespielt. Das war die erste Chance überhaupt. Sagt viel aus über unser derzeitiges Spiel. Wolf und Delaney sind ängstlich. Guter Schuss. Nur leider nicht gut genug. Daniel Hoyer-Fernandes. Ohne Probleme. Jetzt bitte nicht wieder ein Vorstoß der Darmstädter. Wie viel Platz hat denn Hela? Und was für eine Parade von Donnarumma. Das kann nicht wahr sein. Freistoß. Gut. Meine Güte, meine Güte. Wieder so eine Partie, ne? Wir haben gar keine Chancen. Das ist unfassbar, wie wir gerade in die Saison starten, oder? Unfassbar. Natürlich müssen wir offensiver spielen. Das sind keine zwei Meinungen. Weigel kommt rein für den guten Thomas. Der Wolf geht auch raus. Ja. Das dritte Wechsel kommt ja Paco für Havertz. Und dann Stumm-Duo mit Isaac. Schön durchkombiniert. Ein Tor direkt nach Anführer, das wäre das Beste, was uns passieren könnte. Aber das ist uns verwehrt geblieben. Wie der Darmstadt, Dialog klärt. Witzel, sehr schön. Was denn? Sag mir nichts Elfmeter. Bitte nicht. Nun ja. Ein Freischloß-Tor, ein Elfmeter-Tor. 2-0 für Darmstadt. Interessante Saison bislang. Interessante Saison bislang. Und es kann natürlich nicht sein, dass das jetzt hier auf Marco Reus Verletzungen ja alles abwälzen. Wir dürfen nicht so abhängig sein von einem Spieler. Sei er noch so gut. Hat auch wichtig, aber so ein Verein dürfen wir nicht abhängig sein von Marco Reus. Sorry. Natürlich macht er den Unterschied. Aber das, was sie gerade abgeht. Das ist ein bisschen der Rote. Dann müssen wir halt trotzdem direkt rüber schießen. Ja, da ist die beiden auch noch weiter nach vorne. aus, was sie erwartet. Also Gu TIME SEİN auch noch mal. Hm. Vielen Dank. 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 Und wenn das der Fall ist, kommt sowieso so oder so in der nächsten Episode ein Auswärtsspiel bei RB Leipzig in der Bundesliga. Nehmen wir also auftreten wie heute, dann Prost Mahlzeit. Ja, habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.